Lina, Larissa Strahl und Tilman Pörtgen – Die Bibi und Tina-Stars haben bei ihrem Beziehungsanfang geflunkert. Im Film Bibi und Tina – Mädchen gegen Jungs lernten sich Lina und Tilman kennen und lieben. Dieses Jahr feiern die beiden ihren ersten Jahrestag. Aber wann war der gleich nochmal? Da hat wohl jemand geflunkert. Ja, wir sind zusammen, bestätige Lina Larissa Strahl, 20, Ende Dezember letzten Jahres gegenüber Theonline. Auf ihrem Instagram-Account hatte die Schauspielerin sich immer wieder total verliebt mit ihrem Kollegen Tilman Pörtgen, 24, gezeigt. Richtig gefunkt hat es am Set von Bibi und Tina – Mädchen gegen Jungs. Während Lina die smarte Hexe Bibi mimpte, versuchte Tilman als französischer Austauschschüler den Mädchen die Köpfe zu verdrehen. Privat hat es dann auch geklappt. Könnt ihr das Instagram-Bild nicht sehen? Klickt hier! Aber wieso feiern die beiden dann nicht auch Ende Dezember ihren Jahrestag? Na, weil sie schon viel länger zusammen sind. Also, für die Öffentlichkeit sind wir seit einem Jahr zusammen. Wir haben einen kleinen Hinweis gegeben, aber wenn das jetzt nicht jeder gecheckt hat, ist das auch nicht so schlimm – der 21. Dezember steht für die Öffentlichkeit, verriet Lina Promiflas. Ihren Jahrestag haben die beiden natürlich schon gefeiert, denn der scheint ja viel früher zu sein. Der Film-Dre war schließlich schon 2015. Aber egal wann sie zusammengekommen sind. Hauptsache die beiden versorgen ihre Fans weiterhin mit süßen Kuschell-Fotos auf Instagram. Die Logis-Kinderfoto aufgetaucht, wer ist wer? Sie gehören zu den erfolgreichsten deutschen YouTubern. Jetzt haben sie ganz tief in der Kiste gekramt und ein Kinderfoto herausgefischt, doch wer ist wer? Tschüss. Ach. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.